Den muss man natürlich tragen, sonst gibt es da böse Verletzungen. So, beide tun also, als wären sie der Sieger. Der Sieger in der blauen Ecke gegen Shemsi Bekiri geht an Shemsi Bekiri. Steve Neumann! So, Steve Neumann, Kampf ist verübert worden. Wie ist es gelaufen? Er war ein guter Kampf, also er ist ein sehr harter Kämpfer. In der letzten Runde habe ich fast gehabt, er ist, wie gesagt, ein sehr, sehr harter Kämpfer. Er hat auch Spass gemacht, wieder gegen ihn zu kämpfen. Leider hat es nicht gereicht. Der erste Kampf war auch schon gut, das war ja letztes Jahr beim S1-Turnier. Das war auch ein sehr guter Kampf gewesen, auch sehr harter Kampf. Aber leider hat es nicht geklappt. Ich habe mein Bestes gegeben. Ich hatte auch nur kurze Vorbereitungszeit. Also, mir wurde am Mittwoch erst Bescheid gesagt, dass ich einspringe als Ersatzkämpfer bei dem Kampf. Und deshalb war ich schon im Training, aber kurzfristig eingestellt. Und ich habe mein Bestes gegeben, aber es hat nicht sollen sein. Ich hatte ja Orthodoxen gemacht, dass wir, wenn wir uns Vorbereitungen